Mich fasziniert hier bei meiner Arbeit, dass sich Dienstleistungen und Verkauf so schön zusammenfügen, dass man die Kunden individuell auf ihre Ansprüche beraten kann, dass wir hier regelmäßig geschult werden, dass wir mit den Styling-Produkten, mit den Styling-Geräten und mit den Pflegeprodukten immer auf dem neuesten Stand sind und viel ausprobieren können. Bis zum nächsten Mal.